Let's go! Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute, für die einen ein ganz spannendes Thema, für die anderen ein sehr, sehr trockenes Thema, geht es um die Düngebedarfsermittlung, Erstellen einer Düngebilanz. Wie macht man das überhaupt? Wie berechnet man überhaupt, wie viel Dünger man für eine Fläche braucht? Haben sich viele tatsächlich von euch gewünscht? Das heißt, viele haben, ich habe letzte Woche bei Instagram gefragt, Leute, was wünsche ich euch gern für ein Video? Und viele haben gesagt, Düngebedarfsermittlung ist verrückt, ist ein ganz trockenes Thema. Viele würden da gerne ein paar Infos mehr haben. Jetzt ist die Frage, warum macht man das überhaupt? Zum einen, weil es inzwischen gesetzliche Pflicht ist, zum anderen, weil es aber auch sehr, sehr sinnvoll ist, genau so viel zu düngen, wie wir tatsächlich auch brauchen. Und dazu muss man einfach wissen, dass man so ziemlich strikt berechnen kann, wie viel Dünger wir für jede Fläche brauchen, beziehungsweise wie viel Dünger wir eigentlich für jedes Erntegut, was wir erzeugen, wegfahren. Das heißt, wenn wir genau wissen, wir ernten 5 Tonnen oder wir werden 5 Tonnen Weizen wegfahren mit einem gewissen Rohproteingehalt, dann wissen wir ganz genau, wie viele Nährstoffe da drin enthalten waren. Genauso sieht es bei Raps aus, genauso sieht es bei Mais aus, bei allen anderen Kulturen auch. Wir wissen einfach, wie viele Nährstoffe wir da wegfahren. Und weil sich in Vergangenheit das ziemlich smart gemacht hat, dass wir Nährstoffe während der Vegetation geben und nicht hinterher, nachdem wir sie weggefahren haben, macht man das im Prinzip im Frühjahr. Das heißt, im Frühjahr wissen wir ungefähr, welchen Ertrag wir bekommen. Wir planen meistens mit dem Durchschnitt der Jahre diesen Ertrag. Mit diesen rechnen wir dann. Und für jede Kultur gibt es da ganz spezielle Faktoren, mit denen wir rechnen müssen und können dann ganz einfach ausrechnen, wie viele Nährstoffe fehlen denn eigentlich, um unseren Ertrag zu erwarten. Im Prinzip bleibt dann auf der Fläche das Nährstoffdepot immer gleich. Man muss verstehen, wir haben Tonnen von Nährstoffen in unseren Böden. Wir haben Tonnen von Stickstoff, Tonnen von Phosphor und Kali. Ganz, ganz viel ist im Humuskomplex gebunden. Humus ist sau wichtig für unseren Acker. Das heißt, wenn wir aufhören zu düngen, bauen wir zwangsläufig auch den Humuskomplex ab. Es sei denn, es gibt ein paar Faktoren, dass man das doch erhalten kann. Aber im Groben kann man sagen, wir nutzen dann einfach unsere Reserven des Bodens aus und wir laugen den Boden dann auf. Weil diese Nährstoffe fahren wir weg. Die kommen nicht irgendwie wieder dazu. Also ganz viele wilde Theorien gibt es ja denn, dass man mit Klee Nährstoffe ersetzen kann und so. Das ist totaler Humbug. Man kann Stickstoff fixieren mit Klee und mit Leguminosen. Da kann man Stickstoffe mit fixieren. Aber man kann nicht aus nichts Phosphor, Kali oder irgendwelchen anderen Substrate, Nährstoffe zufügen, wenn man sie nicht irgendwie zufügt durch Mist, durch Pflanzenmaterial, durch irgendwas anderes. Das heißt, wenn man einfach nur eine Fläche nimmt und immer wieder davon erntet, ohne zu düngen, dann machen wir zwangsläufig Raubbau an der Natur. Wir fahren Nährstoffe weg, die da nie wieder hinkommen. Aber kommen wir zum Thema. Woher wissen wir nun eigentlich, wie viele Nährstoffe da reingehören und wie viele Nährstoffe ist denn in einer Tonne Weizen enthalten? Und da gibt es so ganz nette Nachschlagewerke. Zum Beispiel so ein Teil hier, KTBL heißt das, das ist so ein dicker Schinken. Und im Prinzip steht da alles über die Landwirtschaft drin, was man so wissen muss. Verbrauchswerte, Kalkulationswerte über die Anschaffung einer Maschine, Durchschnittskalkulationswerte über die Kosten. Also ein Wahnsinnswerk ist hier die 14. Auflage. Ich glaube, wir sind aktuell bei 15 oder bei 16. Und da stehen auch Nährstoffe drin. Seht ihr da? Tatsächlich so sieht das Ganze dann aus. Und dann kann man meinetwegen nachgucken und kann sich sagen, alles klar, für eine Dezitonne Weizen hier, 1,5 bis 2,5 Kilogramm Stickstoff. Die Spanne ist da sehr, sehr hoch. Also 1,5 bis 2,5 Kilogramm Stickstoff ist ja wahnsinnig viel. Wenn ich 10 Tonnen ernte, sind es 150 Kilo N oder 250 Kilo N. Was macht den großen Unterschied? Und das Ganze einfach zu erklären, dass der Rohprotein bedarf. Rohprotein besteht zu 16% aus Stickstoff. Also ein ganz großer Teil des Rohproteins ist Stickstoff. Und deswegen ist das so ein großer Unterschied. Wenn wir uns Phosphor und Kali das Ganze ansehen, sind die Unterschiede nicht mehr so groß. 0,42 bis 0,58. Also es ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt tatsächlich darauf an, welches Anbauverfahren kommt zum Tragen, wie sind die Böden, wie ist die Witterung. Und tatsächlich, das Ganze lässt die Nährstoffgehalte schwanken. Und ich habe auch gedacht, ich mache mit euch erstmal so ein Basic an der Excel-Tabelle. Aber es ist faktisch nicht klug, weil man sich innerhalb der Düngeverordnung für ein bestimmtes Rechenmodell beim Weizen geeinigt hat. Oder beziehungsweise bei allen anderen Kulturen. Man rechnet mit Zuschlägen und Abschlägen von einer bestimmten Basis. Das heißt, 80 Dezitonnen ist die Basis. Immer so ziemlich in der Düngebedarfsermittlung. Und für jede Tonne, die ich mehr ernte, oder für jede 10 Dezitonnen, mache ich 10 Stickstoffkilogramm mehr. Und für jede Tonne, die ich weniger ernte, 15 weniger. Das ist mathematisch nicht ganz klug, aber man kann einfach erklären, je mehr man erntet auf dem Hektar, desto effizienter werden die Pflanzen. Und desto besser wird das Stroh-Korn-Verhältnis. Stroh bindet auch eine gewisse Anzahl von Stickstoff. Und deswegen wird es so ein bisschen besser. Und man braucht im Prinzip weniger Stickstoff am Ende, um mehr in den Pflanzen zu erreichen, beziehungsweise effizienter zu werden. Das Ganze gibt es dann auch für die Entzüge, für Stroh und für kombinierte Varianten. Ist wirklich für alle Kulturen. Ist super interessant. Und ich habe mir gedacht, wir fangen aber mal an. Wir gucken uns das direkt mal in so einem Düngebedarfsprogramm an. Ich mache es heutzutage nur noch mit Düngebedarfsprogrammen. Und verteile die Nährstoffe inzwischen nur noch anhand der Fläche um. Schalten wir mal einmal auf. Oben das Ganze werde ich noch einmal wegblören. Falls ihr euch gefragt habt, was oben steht. Oben steht unsere Betriebsnummer und alles andere. Das heißt, das hier ist ein klassisches Programm für die Düngebedarfsermittlung. Das könnt ihr euch runterladen. Hier zum Beispiel ist es von der LMS Agrarberatung, heißt die Seite. Das ist für Mecklenburg-Vorpommern. Verrückterweise hat fast jedes Bundesland eigene Seiten, wo ihr sowas runterladen könnt. Und der Vorteil von diesen offiziellen Programmen ist halt, die arbeiten immer mit offiziellen Werten. Das heißt, natürlich kann man immer noch heutzutage mit einer Excel-Tabelle wahnsinnig aufwendige Rechnungen machen und kann eine Düngebedarfsermittlung und auch eine Düngebilanz erstellen. Aber Programme machen das weitaus effizienter. Sie übernehmen Salden ins nächste Jahr. Sie haben Historien zu den letzten Jahren. Und das macht das Ganze ein bisschen effizienter. Ich arbeite, wie gesagt, hier mit dem offiziellen Programm. Ach, ist anerkannt. Man hat keinen Ärger. Und das war's. So, ich habe hier im Prinzip eine Fläche angelegt. Die heißt hier YouTube. Zack, so sieht die aus. Bewirtschaftungsgröße habe ich einfach 50 Hektar eingetragen. Es ist jetzt völlig banal. Alle Faktoren berechnen sich immer auf einen Hektar. So, jetzt können wir hier noch sagen, in welcher Wasserschutzzone sie sind. Wenn wir Wasserschutzgebiete haben, das wäre hier im Prinzip rotes Gebiet. Und ja, schlagaktiv, wenn er aktiv ist oder nicht. Hier kann man noch Ertragsgruppen anlegen. Ist erstmal gar nicht wichtig. Wenn wir hier keine Bodenanalyse haben, ist das auch nicht weiter wichtig. Brauchen wir gar nicht unbedingt erstmal, um anzufangen. Weil ganz oft fangen wir ja auf einer neuen Fläche an, ohne Bodenuntersuchung. Das heißt, wir haben sie ab 1.10. zur Verfügung. Dann beeilt man sich meistens. Und dann drillt man noch da Weizen rein oder irgendwas anderes, was dann noch spät reinkommt. Hier steht normalerweise zum Beispiel auch ein Wert aus dem Vorjahr. Wenn wir letztes Jahr Gäraste gefahren haben, Gülle gefahren haben, dann muss man ja 10% von der Düngung ins nächste Jahr mit reinnehmen. Weil man sagt einfach, nächstes Jahr setzt sich trotzdem noch was um aus der Organik. Deswegen spielt das aber erstmal keine Rolle. Wir gehen auch erstmal davon aus, wir setzen keine Gäraste ein. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit der Vorfrucht. Können wir jetzt hier einfach noch reintippen. Silomais, 450 DT, Ernterückstände, Anbau 21. Das wäre ja 22 sozusagen. Dann würden wir jetzt den Anbau hier anlegen. Jetzt können wir eben jetzt sagen, wir wollen Winterweizen mit den jeweiligen Proteinstufen. Das sind sozusagen unsere Ziele. Also wir haben ja Ziele, die wir gerne erfüllen möchten. Das heißt, wir möchten C-Weizen anbauen. Das sind Weizen mit sehr, sehr geringem Proteingehalt, wird oft im Futter verwendet, wird aber auch im Keksteig Herstellung verwendet, weil der Rohprotein bestimmt maßgeblich die Klebeeigenschaften des Weizens, also des Mehls und wie gut der halt klebt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier 14% haben, das ist dann ein E-Weizen, das ist ein sogenannter Aufmischweizen, der wird häufig dazu genommen, um schlechte Partien zum Beispiel aufzumischen oder um Gluten zu erzeugen, zum Beispiel, das ist eine Variante. B ist ganz normal Brotweizen, A ist Qualitätsweizen, auch der wird zum Beispiel für die Glutenerzeugung genommen. So, wir wollen jetzt aber hier, sagen wir mal, B-Weizen erstellen und haben jetzt hier Winterweizen hier in dieser Tabelle drin, da Winterweizen, Rohprotein 12% und hier steht jetzt Ertrag 80 Dezitonnen, das ist das und das sind hier diese 230 Kilogramm Stickstoff, mit denen wir gerechnet haben. Hier müssen wir jetzt unsere Ertragserwartung eingeben. Wie viel wollen wir denn ernten? Also 80 Dezitonnen ist so ziemlich der Standard, der überall drin steht. Wenn wir nicht wissen, wie viel wir ernten auf der Fläche, dann gibt das Ganze immer offizielle Seiten oder beziehungsweise es gibt immer offizielle Seiten, die wir bedienen können. Bei mir ist es tatsächlich auch LMS Agrarberatung, also da kann man für Mecklenburg Vorpuppen hingehen. Da gibt es verschiedene Zonen, da können wir mal einmal raufgucken, wie viel wir zum Beispiel hier bei uns in der Region ernten würden. Moment, ich suche das mal einmal fix raus. So, wir haben das hier jetzt so eine Excel-Tabelle, die kann man sich darunter lahmen, mit so einem kleines Excel-Tool. Da guckt man einfach, welche Regionen wir sind. Wir sind tatsächlich hier in der Region 2 noch unterwegs, gerade noch mit der Kante. Und dann gehen wir hier einfach in die nächste Seite, hier unten gibt es konventionelle oder ökologische Bewirtschaftung. Dann wählen wir hier aus Region 2. Würden wir einmal gucken, Winterweizen suchen wir uns jetzt einmal hier raus. Dann geben wir noch einmal unsere Bodenpunkte ein. Bis 35 Bodenpunkte, 35 bis 45 oder über 45. Ach, wir sagen, wir stellen die mal jetzt hier auf 35 bis 45. Und dann sehen wir hier, wir liegen bei 31,9 Durchschnitt. Und wenn wir das Ganze mal hier auf bis 35, wären wir auf 73. Bei mir ist es so, ich rechne von den einzelnen Flächen, also ich mache Unterschiede zu den einzelnen Flächen und rechne von 65 bis 75. Und rechne von 65 bis 75, je nachdem, welche Fläche das ist. Also ich weiß von Haus aus, dass einige Flächen nur wirklich in supergeilen Jahren wirklich die 8, 9 Tonnen schaffen. Ansonsten sind die meistens so bei 6, 7 Tonnen unterwegs. Und ich habe auch Flächen, die wirklich auch sehr, sehr gut und solide performen. So, also, wir können jetzt hier einfach die 80 lassen oder wir können jetzt meinetwegen hier auch einmal 70 eintippen, 70 Dezitonnen. Und dann brauchen wir noch die Nmin-Werte. Nmin, habe ich schon einmal erklärt, ist der mineralisierte Anteil von Stickstoff, den wir im Boden bereits im Frühjahr haben. Das heißt, der ist pflanzenverfügbar, der ist da. Den gibt es dann von 0 bis 30, 30 bis 60, 60 bis 90 Zentimeter Bodentiefe. Und wenn wir zum Beispiel kein rotes Gebiet sind und diese Proben selber nehmen, dann bekommen wir auch auf offiziellen Seiten diese ganzen Werte. Gucke ich mal wieder einmal nach. Ich habe die einmal schon mal für euch hier geöffnet. Moment, Moment, Moment. Genau, so sehen die hier aus. Und zwar seht ihr hier die Winterung, welche Kultur und hier sieht man den Nmin-Boden, also beziehungsweise der Nmin-Wert. Hier ist Winterweizen, wir haben leichten Boden, wir haben hier sehen wir 6, 11 und 17 Kilo. Das heißt, wir haben hier 34 Kilogramm insgesamt. Und diese 6, 11, 17 tragen wir auch so in unserem Programm ein. Wie viele waren das jetzt? 6, 11, 17. Ich habe einen Zahldreher im Kopf. 5, 6, 11, 17. So. Ernterückstände haben wir jetzt die Option zu sagen, die verbleiben oder verbleiben nicht mehr. Das heißt, wenn wir jetzt wissen, wir fahren das Stroh runter, gehen wir hier auf abgefahren. Herbstdüngung gibt es nicht mehr mit der Düngerverordnung. Ist nicht mehr zulässig. Und Bestandsentwicklung können wir jetzt sagen, im Prinzip 5 bis 6 Triebe. Wir hatten jetzt hier 3 bis 4 Triebe im Frühjahr, Vegetationsverspätung. Aktuell sind wir ungefähr eigentlich gar nicht verspätet. Zuschläge, Abschläge. Kann man hier nochmal machen. Hinterher kann man nochmal irgendwas begründen, wenn man Zuschläge oder Abschläge machen möchte. So, jetzt haben wir hier, hat sich schon mal aufgemacht, Nährstoffbilanzierung. Jetzt gehen wir hier erstmal auf Prüfen. So. Und dann füllt er das im Prinzip aus. Jetzt haben wir hier das Bilanzsalde vorher, haben wir ja nichts. Also wir haben ja keinen in der Überhang gehabt und im Prinzip brauchen wir dann auch nichts im nächsten Jahr übernehmen. Ist jetzt erstmal für euch so theoretisch für den Anfang möglich. Abschlag sind diese 15 Kilogramm, von denen ich euch vorhin schon gesprochen habe. Das heißt, 80 ist die Basis. Eine Tonne runter, 15 Abzug, eine Tonne hoch, 10 drauf. Und Nmin sind jetzt hier die 26. Jetzt werdet ihr euch jetzt fragen, das sind doch hier, wenn wir das jetzt zusammenrechnen, 6, 7 sind doch 34. Wie kommt man denn letztendlich dazu, dass hier nur 26 steht? Das ist ganz einfach. Bei diesem letzten Wert darf man nur die Hälfte ansetzen, weil er ja so tief ist. 60 bis 90 Zentimeter geht man davon aus, dass eventuell ein Teil davon verloren geht, beziehungsweise nicht pflanzenverfügbar ist. Und dann Bestandsentwicklung, Vegetation, dürfen wir hier nochmal 5 draufschlagen. Oh, ein bisschen blöd, das ist ja so komisch farbig für euch markiert. Leider gibt es keinen Dark-Mode in diesem Programm. Wenn wir jetzt eine organische Düngung hätten, würden wir die hier eintragen. Aber erstmal können wir uns das Ganze jetzt wie folgt anzeigen lassen. Das heißt, wir haben jetzt noch Düngebedarf 195 Kilogramm, die wir jetzt noch decken müssen. Weil wenn wir 7 Tonnen ernten wollen und wir haben es ja nicht zur Verfügung, das heißt, wir haben den restlichen Stickstoff ja nicht da, dann fehlt der uns ja schlichtweg. So, das heißt, Düngebedarf 195 Kilo, hier Phosphor 70 Kilo, Kali 120 Kilo und Magnesium Schwefel. Calcium wird leider nicht angezeigt, aber Schwefel-Magnesium ist ungefähr immer 0,25 pro Tonne, was man da ungefähr braucht. Das heißt, 7 sind 14, 3,5 drauf, 17,5 Kilogramm Magnesium, 17,5 Kilogramm Schwefel. Kann man gerne noch ein bisschen nach oben ausweichen. Es wäre in Ordnung, wäre voll fein damit. Da muss man noch wissen, Phosphor und Kali können im Boden gepuffert werden. Das heißt, die sind nicht so mobil wie Stickstoff und unterliegen nicht Umlagerungsprozessen, werden nicht zu stark konsumiert von den Pflanzen. Das heißt, wir können in einigen Jahren Kali auf den Flächen zurücklassen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Stroh liegen lassen würden, das heißt, wir würden jetzt hier Erderückstände verbleibt machen, gehen jetzt auf Prüfen, würden wir ja nur 40 Kilogramm Kali pro Hektar wegfahren. Wenn wir jetzt ein, zwei Jahre da drüber gedüngt haben mit Kali, dann lassen wir ja was auf der Fläche, damit wir sozusagen die Entzüge so ein bisschen sich ausgleichen lassen können über die Jahre. Das macht man zum Beispiel mit Kompost, man macht das mit Mist, man hat immer so ein Depot im Boden, das kann man ein bisschen runtergehen, das kann man wieder ein bisschen aufdüngen und so bleibt man ungefähr in der Waage. Wenn man jetzt zum Beispiel in sehr schlechten Gehaltsklassen ist, dann darf man zum Beispiel auch bei Phosphor das ein bisschen überdüngen. Wenn man nachher in einer zu guten Gehaltsklasse bei den Böden ist, nach der Bodenuntersuchung hat man das ganze Jahr, dann muss man auch gewisse Abschläge bei Phosphor machen, darf das zum Beispiel nicht überdüngen. Soviel dazu zu wissen, also das ist erstmal der Bedarf und jetzt geht es ganz stumpf an die Planung. Wenn ich jetzt hier eine Düngung anlegen möchte und ich sage ihm jetzt, ich nehme hier erstmal ein NPK im Frühjahr, also ein Stickstoff Phosphor-Kali-Dünger und könnte den hier zum Beispiel nehmen mit 16, 16, 16, je nachdem das, was der Handel zur Verfügung hat, kann ich den nehmen, Datum der Ausbringung würde ich jetzt sagen hier, wir fahren heute los und streuen, Zeitmerkmal ist Frühjahrsdüngung und dann fahren wir los und geben 4 Dezitonnen, also 400 Kilo, sagen hier prüfen, das wäre unsere Startgabe, dann hätten wir hier schon mal 64 Kilogramm Stickstoff, insgesamt dann 64 Kilogramm Phosphor, 64 Kilogramm Kali, also hiermit würden wir dann sozusagen schon einen Überhang im Kali produzieren, meinetwegen für das nächste Jahr, wenn wir da Mais anbauen, mehr runterfahren, das wäre eine Möglichkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel das Stroh runterfährt und bekommt den Mist sozusagen zurück auf die Fläche, bleibt das Kali, was sozusagen die Differenz ist im Umlauf, im eigenen Betrieb. Das heißt, wir müssen ja nicht sozusagen, wenn wir jetzt das Stroh wegfahren, diesen Kali mehr düngen, weil der bleibt ja im Prinzip auf dem Betrieb und kommt ja wieder zurück. Soviel dazu. Das heißt, wenn wir hier sagen, wir fahren das hier ab und wir haben hier eine Bilanz von minus 56, wissen aber ganz genau, der Mist kommt nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder zurück, dann kann man das auch vernachlässigen, weil wir dann in den Jahren einen Überhang von Kali produzieren werden. Und man muss die Düngebilanz bei Phosphor, Kali immer ein bisschen über die Jahre sehen, bei Stickstoff muss man versuchen, jedes Jahr das sehr, sehr on point zu halten. So, das heißt, wir haben ihn jetzt mit 64 Kilogramm angedüngt, das wäre jetzt so eine Basis, dann würden jetzt noch 131 Kilogramm fehlen, dann können wir noch eine Düngung anlegen und sagen, wir brauchen unbedingt noch Schwefel, dann würden wir jetzt nochmal 100 Kilogramm Schwefelsaurus geben, machen wir zeitgleich am selben Tag, prüfen wir das Ganze nochmal, jetzt haben wir hier den Schwefel gegeben, 24 Kilo, jetzt fehlen noch 110 Kilogramm Stickstoff. Wie ist das jetzt aufzuteilen, man gibt ja im Walz mehrere Gaben, damit man so ein bisschen die Pflanze in der Vegetation begleitet, dazu kommen wir dann aber gleich, wir können jetzt einfach sagen, wir teilen das so ein bisschen 70-30, 60-40 auf, wir können jetzt einfach sagen, wir fahren nochmal mit Harnstoff rein, granuliert hier, einen Monat später ist das bei uns meistens immer, das heißt, wir haben immer um den 20. rum die nächste Gabe, fahren wir hier nochmal 120 Kilogramm rein, prüfen wir nochmal, dann fehlen nochmal 54 und die geben wir dann nochmal Mitte Mai meistens oder Ende Mai, können wir nochmal eine Düngung anlegen, nehmen wir nochmal Harnstoff und machen das einen Monat später, das heißt, man kann das hier im Vorfeld planen und macht das bzw. addiert das nachher tatsächlich nach den, oder korrigiert das nach den tatsächlich ausgebrachten Mengen, manchmal schwankt das ja das, was der Streuer ausgebracht hat und was nicht, manchmal bringt er µ weniger raus, manchmal µ weniger, kann man dokumentieren und das korrigiert man und irgendwann sagt man, das ist der Ist-Zustand. So, das heißt, wir nehmen hier nochmal 110 Kilo rein, prüfen, jetzt haben wir minus 4 Kilogramm Stickstoff, jetzt können wir es belassen oder man hat halt noch ein bisschen Luft in der Bilanz, also das wäre im Prinzip jetzt unsere Planung, das würden wir so machen, wir würden mit einem NPK starten, dann würden wir Schwefelsaurus geben und dann nochmal Harnstoff und Harnstoff, das wäre eine Möglichkeit, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir Magnesium noch immer in Betracht ziehen müssen, kann man hier beim NPK gucken, man kann aber auch gucken, dass man eine gute Nährstoffversorgung schon im Kalk hätte, also mit Kalk das Ganze abgedeckt hätte oder man würde wie gesagt ein NPK nehmen, wo Magnesium und Schwefel drin sind. Also das dient jetzt auch nur der groben Veranschaulichen, wer so eine Bilanzen macht, der weiß in der Regel auch schon so ein bisschen, wie er das Ganze streuen muss und da gibt es ganz viele Wege, die nach oben führen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Gerasse fahren, dann haben wir auch hier die Möglichkeit, Moment, ich muss mal gucken, ich habe damit noch nie so in der Form gearbeitet, dass man hier einen festen Wert nimmt. Normalerweise gebe ich hier meine echten Werte ein, dokumentiere die halt und sage, das ist die Beprobung Anlage 1 und einen Zeitraum von der Beprobung und diese Beprobung rufe ich dann immer wieder auf, sodass das meine Werte sind. Aber man kann ja auch vorgefertigte Werte hier nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel, was nehmen wir denn hier, Mutterkuh, Milchkuh, Milchkuhgülle, 12.000 Liter, 10.000 Liter, also hier so eine Mischung, hier 8%, TS, würden wir jetzt dazunehmen und sagen, wir fahren jetzt im Frühjahr Gülle, sagen wir fahren am 1. März los, zur Hauptfrucht ist eine Frühjahrsdüngung und wie viel Kubik pro Hektar, wir fahren solide 20 Kubik. Mindestanrechenbarkeit ist 60%, da ist vorgeschrieben, die müssen wir anrechnen und 10% nochmal im Folgejahr. Alles, was wir darüber können, ist unser Puffer in der Düngebilanz. So, dann gehen wir hier mal aufprüfen und jetzt haben wir 30 Kilogramm Stickstoff hier zu viel. Wir haben jetzt hier Schwefel gedüngt, wir haben Magnesium gedüngt, wir haben Kali gedüngt, wie ihr seht, 120 Kilo, Phosphor haben wir gedüngt und wir haben NH4 gedüngt, also Ammonium. Wir können demzufolge den hier wegnehmen und löschen. So, jetzt haben wir es hier so ein bisschen korrigiert, also hier fehlt jetzt ein bisschen Phosphor, Kali haben wir ziemlich genau getroffen, Magnesium haben wir ziemlich genau getroffen und genau, auch Schwefel kommt vom uns großen Teil, also das heißt, man müsste jetzt hier noch ein bisschen ergänzen, ganz bisschen hier unten bei den 13 Kilo. Also im Prinzip ist das nur ein Rechenbeispiel, man schiebt ganz viel hin und her und guckt, wie man es tatsächlich umgesetzt kriegt, wie viel es Sinn macht und das versucht man so an seinem Betrieb so zu adaptieren. Jetzt kommen wir noch einmal zum Punkt, den ich gerade aufwerfen wollte. Man gibt ja nicht den Dünger komplett in einer Gabe und ich habe vorhin schon mal ganz nett versucht, für euch so eine Entzugskurve rauszufinden und war bei der KWS sehr fündig geworden, also Grüße gehen raus an die KWS, ich hoffe, ich darf das mal hier so zeigen und ich will das euch mal hier einmal größer machen. So sieht im Prinzip die Wachstumskurve aus. Die grüne Linie ist der Düngeentzug, beziehungsweise die Endaufnahme, ist ja nicht der Entzug, das ist die Endaufnahme. Ehrentragende Halme hier, das ist dieser Peak, das ist das, was ich in der AKF erklärt habe. Wir haben erstmal viele, viele bestockte Triebe oder beziehungsweise wir haben viele Nebentriebe, viel, viel mehr als wir später Ehren haben wollen und die reduzieren sich dann irgendwann knallhart runter. Und jetzt ist es so, wir geben ja hier am Anfang, meistens sind wir hier, unsere Startgabe und die soll ja dann bis zu diesem Punkt ungefähr reichen. Und man hat tatsächlich auch in diesem schlauen Buch steht auch tatsächlich drin, wie die Stickstoffaufnahme des Weizens ist in den einzelnen Wachstumsphasen. Und dafür snipe ich mal das Ganze hier einmal raus. So, ich habe das jetzt mal hier mal ein bisschen rausgeschrieben aus diesem Buch, also tatsächlich hier KTBL-Quelle und die Quelle von dem Bild ist KWS. So, passt mal auf. Und zwar sieht das Ganze ja wie folgt aus. Also wir sehen ja hier die Aufnahmekurve des Stickstoffes, geht so hier ziemlich steil nach oben, hier die ehrentragende Halme. Und jetzt muss man dazu wissen, dass wir ja immer ein bisschen zeitversetzt arbeiten. Also das heißt, wir brauchen ja immer ein bisschen, bis unser Dünger wirkt. Das heißt, wir geben ja hier im Vorfeld, hier in der Jugendentwicklung, hier im Frühjahr sind wir ungefähr in der 21 bis 29, das ist so der Bereich, den wir im Frühjahr ungefähr haben. Hier geben wir unsere erste Gabe, die deckt dann sozusagen den Bereich ab, bis wir hier in der BBC-H30 sind. Das heißt, wir geben meistens so zwischen 50 bis 80 bis 90 Kilogramm Stickstoff hier in dieser frühen Phase, um diesen ganzen Teil abzudecken, ungefähr bis BBC-H30. Also hier unten sind die Wachstumsstadien, die sind sehr vereinheitlicht, also die BBC-H-Stadien sind sehr vereinheitlicht, sodass, wenn man sich unterhält, Forscher, Landwirte, immer man von den gleichen Dingen spricht. Also so. Und jetzt sieht man einfach hier, dass gerade am Anfang die Pflanze super wenig Stickstoff aufnimmt. Ja, also sie hat gerade mal bis hier zum Anfang des Frühjahrs 36 Kilogramm Stickstoff aufgenommen, bis es dann nachher losgeht. Dann in der 30, 56 Kilogramm, das heißt, wir reden ja von einem Zeitraum, wenn wir bei uns zum Beispiel Mitte Februar die Düngung gewährleisten oder bzw. düngen, dass wir bis Anfang, Mitte April 80 Kilogramm beziehungsweise den Stickstoff zur Verfügung stellen, den die Pflanze hier braucht. Das sind kühle Temperaturen, da kommt der Boden sehr langsam in Gang, deswegen düngen wir da relativ früh raus, weil danach kommt die Natur dann auch ein bisschen hinterher. So, wenn wir uns das jetzt hier angucken, dann sind wir schon in der BWCR 32, also in der 30 zu 32, das sind gerade mal 4, 5 Tage zwischen, da hat die Pflanze schon 79 Kilogramm aufgenommen. Das heißt, wir nehmen hier irgendwo um 5 Kilogramm Stickstoff am Tag auf in der Pflanze. Das heißt, wenn wir genau wissen, wir haben 80 Kilogramm Stickstoff gegeben und wir unterliegen teilweise auch den Festsetzungsprozessen, dann müssen wir ungefähr hier in diesem Bereich nachdüngen und das ist das, was sich in der Praxis einfach bewährt hat. Wenn wir hier eine gute Versorgung gewährleisten, dann können wir auch gewährleisten, dass wir A, mehr Halme in diese Phase durchbekommen, weil die Pflanze will ja da reduzieren und das macht sie auch etwas abhängig von den Nährstoffen und die Kornzahl der Ähre wird da auch schon bestimmt. Verrückterweise tatsächlich in der Phase, das heißt, eine gute Versorgung mit Stickstoff erhöht da schon die Kornzahl der Ähre. Wenn wir dann jetzt weitergehen in diesem Bereich, da sind wir jetzt hier in der 35. In der 35 haben wir 79 Kilogramm pro Hektar schon aufgenommen und in der 39 sind schon 120 Kilogramm. Das heißt, wir haben einen Bereich von gerade mal 10 Wachstumsstadien, wo wir 80 Kilogramm Stickstoff aufnehmen. Das ist so ein bisschen dieser ergänzende Teil. Wir haben noch ein bisschen aus der ersten Gabe übrig. Das deckeln wir dann sofort, so ein bisschen überschneidet sich mit der zweiten Gabe. Hier im Prinzip in der 39 düngen wir dann meistens nochmal nach, zwischen 37 und 39. Das Schein des letzten Blattes ist zum Beispiel die 37. Das heißt, wenn wir hier auch eine gute Versorgung in dem Zeitraum herstellen, begünstigen wir auch die Größe des Fahnenblattes. Dann geht es relativ oder flacht die Kurve tatsächlich so ein bisschen ab in der 39 und was sich dann einfach bewährt hat, hier in der 49 fährt man noch einmal hin, um den Proteingehalt und die 1000 Korngewicht des Korns zu beeinflussen. Das heißt, auch da eine gute Versorgung begünstigt beide Varianten. Dazu muss man wissen, vor der Blüte begünstigt er das 1000 Korngewicht, nach der Blüte begünstigt er die Rohproteinaufnahme. Das heißt, muss man auch so ein bisschen wissen, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, man ist mit der Düngung ziemlich am Limit und man möchte aber auf gute Qualitäten kommen, dann muss man das Ganze alles ein bisschen nach hinten ziehen. Dann kann man auch im Vorfeld ein, zwei Abschläge machen. Die Pflanze reduziert dann automatisch ein paar mehr Halme, man hat ein paar weniger Körner und hinten raus geben wir ein bisschen mehr, sodass wir da hinten raus auch mehr Rohprotein in der Pflanze bekommen. Das ist aber auch ein Punkt, muss man sagen, da spielen Jahreseffekte aber auch eine ganz große Rolle. Wie sieht das jetzt Ganze aus mit Gärreste? Also wenn wir jetzt Gärreste geben, ich male das mal hier freihand rein. Also wenn wir jetzt hier Gärreste düngen, dann müssen wir ungefähr wissen, die Kurve verhält sich ungefähr so bei den Gärresten. Das heißt, das meiste an Stickstoff kommt eigentlich etwas nach der Phase zum Tragen, nach der Bestockung, beziehungsweise kommt sehr zögerlich in Gang. Ist ein bisschen regional unterschiedlich, ist Jahreseffekte gegeben. Das heißt, für mich hat sich einfach bewährt, hier am Anfang eine Stickstoffdüngung mineralisch zu ergänzen, die sozusagen diesen Teil abdeckt. Dann düng ich meistens hier noch mal trotzdem nach. Das heißt, meistens hier erhöhe ich das Ganze demzufolge bis hier für den Teil und am Ende gebe ich dann auch noch mal demzufolge eine kleine Qualitätsgabe im A- oder E-Weizen oder beziehungsweise im A-Weizen, im B-Weizen auch etwas, im C-Weizen gar nicht. Das heißt, man versucht so um den Berg dieses Gärreste das Ganze zu bauen. Aus diesem Grund ist es auch eigentlich gut ersichtlich, warum eine 100% Gärreste Düngung nicht funktioniert. Die Kurve passt nicht richtig zu der Wachstumskurve vom Getreide. Das heißt, wir haben am Anfang relativ krasse Unterversorgung, was man auch sehr deutlich meistens sieht um den BWC-H30, denn wenn die Pflanze richtig massiv anfängt Stickstoff in sich aufzusaugen, dann hält die ganz schnell auf und dann fehlen da Nährstoffe und deswegen müssen wir das Ganze hier mal ein bisschen erweitern. Das heißt hier, ich habe den Strich ein bisschen zu früh gesetzt, also hier düngen wir an und hier sozusagen düngen wir weiter, um das Ganze abzusetzen. Wir können das auch noch ein bisschen besser, das heißt wir düngen ja und das baut sich ein bisschen ab, das heißt so ungefähr. Hier ungefähr müssen wir dann den nächsten Point an Dünger setzen, das geht dann hier über und hier, wie gesagt, wenn es abfällt, müssen wir dann nochmal wieder eine Gabe nachsetzen. So sieht das Ganze aus, wenn man da ein bisschen mit Gärraste arbeitet und so kann ich euch das tatsächlich auch über die Jahre sagen, so verhält sich das auch in der Wirklichkeit. Wenn man jetzt zum Beispiel den Raps betrachten würde, Raps und Gärraste sind die Kurven noch weiter auseinander, das heißt der Raps ist viel früher in dem, was er an Stickstoff braucht, Gärraste ist viel später in dem, was es freisetzt, passt nicht gut zusammen. Mais und Gärraste liegen so fast in einer Kurve beieinander auf. Man muss sagen, das ist schon, wenn man in die Details gehen möchte, ist das schon ein sehr, sehr komplexes Thema. Wenn man das grob mit der Düngebilanz anquatschen will, ist es ein bisschen trocken. Man muss wissen, jede Kultur an sich hat eigene Eigenarten, wie sie reduziert, wie sie Nebentriebe bildet, wie man das ein bisschen beeinflussen kann, wie man das auch nicht beeinflussen kann. Nach wie vor spielt das Wetter eine ganz, ganz große Rolle. Die Düngebedarfsermittlung macht ganz viel Sinn und die macht auch teilflächenspezifisch ganz viel Sinn und die macht auch schlagbezogen so viel Sinn. Also inzwischen ist ja die Verordnung schlagbezogen zu bilanzieren. Ich mache das schon seit eh und je, also ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache. Und viele fragen sich jetzt, wie machst du das jetzt teilflächenspezifisch? Wir haben ja im Prinzip einen Wert ermittelt, den wir streuen wollen und in den einzelnen Gaben verteile ich das entsprechend den Ertragserwartungen und das ist im Prinzip etwas, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Das heißt, ich verteile es prozentual zu den Ertragserwartungen. Funktioniert sehr, sehr gut. Sowohl bei Phosphor und bei Kali auch. Schwefel, Magensum sowieso. Und Wasser ist nun mal der begrenzende Faktor bei mir am Standort, warum es auf den leichten Standorten nicht zu mehr kommt und dann muss ich da einfach nicht mehr düngen, weil die Entzüge geben es ja nicht her. Und auf den besseren Zonen habe ich ja wieder höhere Ertragserwartungen, wie ihr ja auch bei mir in den Ertragskarten in den nächsten Videos sehen werdet, ernte ich auf einzelnen Ertragszonen 9 bis 10 Tonnen, auf den schlechten Zonen 4 bis 5 Tonnen. So Leute, das war's. Das sind alles so ein bisschen, man muss ja sagen, nehmt die Werte jetzt nicht auf jedes Komma auseinander. Das sind alles ungefähr Rundungswerte, damit die Leute, die es versuchen zu verstehen, verstehen können. Ihr, die jetzt wisst, dass es auf das Komma genau nicht richtig ist, für euch ist das Video auch einfach nicht gedacht. Also heizt euch doch nicht wieder an jedem Komma aus. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann Leute, ciao, ciao.